Okay, was haben wir für heute noch? Wir müssen diesen Vlog gucken, okay? Wo ist der? Ihr wisst, ich und Bachelor haben ein Musikvideo aufgenommen. Chat, 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 Predictions rein. Predictions, Predictions. Wo ist das R auf meiner Tastatur? Danke. Gained Jasper Aura in diesem Video. Ja, nein. Hat der schon einer begonnen? Ja, hätte ich ja. Tschüss. Die Mods snipen? Schneller als du, Ugly. Okay, Chat, Predictions. Jetzt holt die Predictions rein. Ich brauche noch irgendwas zu manchen. Nein, nein, ich muss meinen Zucker runterfahren, Chat. Ich bin zu zuckrig. Mein Gott, ich muss auch mal Zucker detoxen. Bei mir, die haben alle irgendwie ihre Self-Improvement-Phase. Die haben alle TikTok gelöscht, die essen keinen Zucker mehr. Wir haben verstanden. Wir haben verstanden, ihr seid ihm. Ich esse zu viel. Ernst. Sieh dir mal deine Porno-Brille an. 1.000 Likes fürs Musikvideo. Digga. Als ich Kommentare geguckt habe, ne? Da waren schon 1.000. 2.000 jetzt schon? Damn. Motion. 16.000 Views in 10 Stunden. Manche Deutschrapper kriegen nicht mal mit. Musikvideo. Ey. Wann kommt Musikvideo? Kommt, kommt, kommt. In geraumer Zeit. Guck mal. Man merkt, Jasper ist nicht dran gewöhnt, Baddies in seiner Nähe zu haben. Die machen Psycho-Analyse von meinem Air in den Kommentaren. Wir gehen rein. Okay, Make-up. Ich mach meine Chaya in der Schule. Und so eine Rückkehrslobe los. Aura. Fühlmodus. Kennt ihr, wie die so springt? Rollcheck gar nichts. Ey, wie sind das die ersten 7 Sekunden, Bro? Das ist auch Al Cut. Al Cutter. Bitte. Wie schiebe ich nur so Autismus? Und so eine Rückkehrslobe los. Fühlmodus. Kennt ihr, wie die so springt? Bro, check gar nichts. Komm mal her, Jasper. Aber der Walk-Off, no, okay, 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 keep it cool, no. Was machen wir euch? Er hat mal an's Augen auf meinem Arsch. Er checkt mich. Oh, das ist sehr interessiert. Jetzt mal slide kurz. Slide kurz. Komm mal her, Bro. Slide. Bro, du bist alleine hier. Ey, eigentlich sagt Light, Jog, Mac. Das ist nicht 2K, Bro, bitte. Ey. Jetzt Rocker. Was machen wir heute? Wir drehen ein Musikvideo für unseren R'n'B Goat Song. Alter, Alter. Jetzt bin ich gank drauf. Bisschen Magenföhnen. Hiya, Tim. Das ist die Königsallee, tatsächlich. Jasper, zum ersten Mal hier. Ich gehe tatsächlich jedes Wochenende hier. War nicht kalt. Herr, na, Bro. Du wirst, dein Bruder ist nicht am Freezen. Und kaufe alle meine Klammern. Dieser lila Punkt, ne, der macht mich verrückt. Cap, Cap, was hat gecheckt? Danke, dass du nochmal dazu sagst. Keiner hat gecheckt mit dem Mopak. Wir müssen uns jetzt den Chat vorstellen. Was würden die jetzt schreiben? Payout. Payout. Nein, kommt noch, kommt noch. Es ist keiner hat gecheckt mit dem Mopak. Wir müssen uns jetzt den Chat vor... Ihr checkt nicht, kommt, kommt. Jetzt schreiben. Hölle, nein. Er macht kein Sound-Wort. Ihr checkt nicht, ich hab da alle meine Energie rausgelassen, um extra nonchalant zu sein später. Ihr versteht die Methoden nicht, die ich brauche. Ihr wisst, ich bin ein bisschen hyperaktiv. Da muss man Energie rauslassen früh. Du musst einfressen im Schnitt, Bro. Die erste Seite. Hose, Big L. Bro, bitte, bitte. Bitte. Alles gut. Rock den vicinity windbreaker, Bro. Okay, aber get out my nuts, bitte. Bumpe, bumpe, bumpe. Habt ihr gehört, Dennis? Der Arm und Dennis. Der Harass. Ja, mit Dennis Harass. Ja. Guck mal, hier, ich kann euch mal ein bisschen erzählen, so. Hi, ich sehe. Wo bist du? Ja, kurz. Da vorne gleich. Verloren, mein Gedanken. Da bin ich zum ersten Mal auf ein Treffen mit Nachaya mein Leben gegangen, tatsächlich. Da ist so ein Dönerladen, der heißt Premium-Döner. Warte kurz, da hinten. Da ist so Philipp Klein auch. Warum laufe ich so fresh? So ein Schuhladen. Wenn wir mit so einer Kamera reingehen würden, wären Ersche würden sich so freuen. Die würden sich so reden, was? Oh mein Gott, alles gut? Bum, blum. Was ist hier? Da vorne. Unser Kameramann muss noch lernen, wie man damit umgeht. Loki. Boya Punga Walla, ich sterbe. Die graz, wir essen. Wir hatten so richtig viele Ausländer am Schlepptau, Digga. Unser Kameramann muss noch lernen, wie man damit umgeht. Loki. Boya Punga Walla, ich sterbe. Die graz, wir essen, Digga. Er ist gezwungen. Er ist ein gezwungener Mann. Er ist Bangladeschischer Kameramann, Digga. Ich condone diese Aussagen nicht. Hab ich diese... Gefangenes, ey. Ist er der uglyste? Warum ist das so top, aber? Das ist ernst top. Chat, ihr müsst euch vorstellen, das war so hier das Line-Up. Er, 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 er. Wir sahen schon so, wir waren schon so unterwegs. So, wir waren unterwegs. WD, Jasper. Also hier gibt es Essen. Hier werden wir auch tatsächlich essen. Weil ich... Oh, das hat zu, weil wir zu früh da sind, glaube ich. Rap-La-Rue-Armee. Was? No, Matti Maul zu. Jasper. Würde nicht Seite wechseln. Aber wir würden dich... Wir würden dich rüber... Dresch... Okay, na, na, na. Stop the violence. Stop the violence. Hier um die Ecke Starbucks. Der bekannte Starbucks. Ist das valid so seine Hose? Habe ich Starbucks ongeputtet? Ist das valid so seine Hose zu tragen? Ja, mach ich auch. Aura, Aura, Aura. Chat, ihr könnt mir nicht sagen, dass ich Starbucks nicht ongeputtet habe. Ich habe Starbucks auf der Map getan. Chat, wir sind die unbekanntesten Menschen. Wir werden nicht erkannt. Ja, ist doch gut. Um 11 Uhr morgens sind alle in der Schule und so. Wuhu. Oh mein Gott. Habt ihr diesen Schrei gehört? Der kam viel leiser. Der war so laut. Ja, ist doch gut. Um 11 Uhr morgens sind alle in der Schule und so. Wuhu. Guck mal, sogar der Digga, der ist kurz stehen geblieben. Habt ihr das gesehen? Der ist getrippt. Ja, ist doch gut. Um 11 Uhr morgens sind alle in der Schule und so. Wuhu. Guck mal, guck mal, der guckt direkt. Guck mal, der glazed einfach in Rolls Royce. Oh mein. Guck mal, der Rose. Oh, ist das der größte Glazed des Planeten gewesen? Er hätte mich gerade wirklich mit dem Schreier mehr als vor einem gelutscht. Ich glaube... Facts! Er ist gekommen gerade im Rolls Royce, dass er das gemacht hat. Aber der hat es verdient, diese Glaze. Nein! Nein! Wenn man Rolls Royce hat er nicht, hat man es verdient. Ist das ein Race? Ja. Ist das ein Race? Matt Grau. I'm in a Race! Ooooooooh, hier geht's! Auge, 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 Auge. Wann gehst du bei Burberry shoppen? Burberry, Burberry, Scarf, Rack'd around my neck. Chat, nur Leute, die diesen Song kennen. Burberry, Scarf, Rack'd around my neck. Oh, der Song ist top. Ihr seid... Wenn ihr den nicht auf der Map habt... Guck mal, was das... A-L-Freeze-Frame. Chat, ich hab das Gas nicht von der Gas Station. Bitte. Tattoos. Kennst du diesen Song? Ich bin nicht so tat. Chat, ich war auch noch müde, Chat. Ich war auch vier Stunden schlafen. Ich bin nicht so einberührt. Der Einzige, den ich liebe, ist mich selbst. Ich hab seit Benjamin Frank. Oh, meine Eltern. Aura, Aura, Aura. Da ist schon den zweiten Monat. Light counts die. Chat, wir müssen den Track keepen. Yo, Sub count is crazy. Einer muss jetzt mal kurz 34 Subs giften, damit wir eigentlich die 700 haben. Damn. Du bist nicht inspirational. Hast du die Quotes? Okay, eine Quote, die ich euch sagen kann, ist... Wir trinken... Dankeschön, Rimo, für den Sub-Gift. Bag alert, major bag alert, major! Tee, Tee mit Zucker. Hört die Quoten. Wir trinken Tee, Tee mit Zucker. Die trinken Tee mit Salz, äh, mit Salz, ja, Salemi. Wann kaufst du dir was von Schönei, ne? Wie geht diese Hit-Bahn um? Hals, Maul? L-Quote. Nein. Da ist sie, da ist sie. Da ist sie, ja. Ey, ihr checkt nicht. Ich kann... Warte, Chat. Ich kann nicht in die Linse gucken. Wehe, diese Schiel-Allegations gehen wieder los. Chat, ich schiele nicht. Guck mal da. Ich schiele nicht. Hast du schon mal so einen Laden gesehen? Ja. Ja. Hast du so einen Laden mal gesehen? Loro Piano. Wo ist, wo ist, äh, wie heißt das? Mont Glace? Uuuuh, die Glace. Guck mal rein, das ist geil. Was schieben für, was schieben wir eigentlich für ADHS hier bitte? Oh, the only timer. Wie geht, wie geht das? Digga, ich hab die Bar vergessen. Only one to bring me down is the Clare at Montclair. Only one can bring me down is the Clare at Montclair. Zota. Ich vergesse jetzt die ganze Zeit diese Bars. Das ist normal, wenn ich keine Bars. Sind das Dops? Nein. Das ist hier. Brrrdis. Was ist hier? Awww. Ja. Der erste Hyperpopper mit einem Prada-Vertrag. Aura verloren, Chat. Ich sag ehrlich, Aura verloren. Oh. Oh. Ich wusste aber selber. Das heißt, es ist wieder neutralisiert. Oh. War das TikTok-Riss-Party moment. Ja. Was hast du hier? Dior. Span 5000. Warum ist das? Span 5000. Span 5000. So the Goons can solve my problem. Das ist ein laufendes Soundboard. So the Goons. Ich muss es mal so zeigen. Das sind Rollis. Sag mal über Oli was. Patek. Ja. Patek. Patek. Philippe. Don't play her. To my sauce. Patek. Philippe. The plain one. Er sagt. Two-tone. AP called my bitch bisexual. Ebi. Ebi. Ok. Warum riecht es sogar schon nach Essen? Warum riecht es nach Schwein? Nach Schwein? Weil du hier bist, Bro. Ihr versteht nicht. Ja. Wir sind Haram. Na. Was ist das für eine Aussage? Manchmal. Ich denke nicht nach. Ich sag ehrlich. Guck mal. Das Ding ist. Wenn alle die erstmal jumpen wollen. Ihr habt keine Chance. Jump me. Nein bitte nicht. Am Ramadan. Du bist auf Miet. Wir haben es extra gemacht. Der eine hat gefastet. Deutlich. Das war jetzt. Don't jump me. Don't jump. Da steht Rolli. Wann sitzt du mal da oben? Don't jump. Da steht Rolli. Wann sitzt du mal da oben? Uuuuhuhuhu. I got that all right now. Wann? Jasper, wann? Serski. Wann sitzen wir mal da oben bei Rolli? Und besprechen wann wir die holen? Wir werden in einem Jahr da sitzen und sagen. Give me the whole thing. Give me the whole thing. Weißt du? Merkt euch, Rick Ross hat gesagt. Too easy. We got that shit on sink. Warum ist alles zu? Weil das zu früh ist. Es wird immer klei... Weniger. Twin'n. Wir haben Karfreitag. Feiertag. Ah ja, fact. Jungs. Twink. Sind sie mich am ignorieren? Bin ich der? Du hast keine Aura. Das war schon wieder Plus für mich. Wow. Ist das der Anzeigerhundmeister? Anzeigerhundmeister. Solche ugly ass. Oh mein Gott. Ich muss euch kurz sagen. Ihr müsst euch vorstellen. Hier stand eine ganze... Seht ihr das hier? Seht ihr hier die? Ganze Polizeikolonne stand hier. Und hat so Supercars. Urus und so. Wisst ihr? So Autos, die gar nicht getunt werden normalerweise. Wer tunet einen Urus, Digga? Wer tunet einen Aventador oder so? Die in der Stadt rumfahren. So abgeschleppt oder quasi weggelotst. Da waren dann so Motorradpolizisten. Lameste Leute jemals. Und haben die quasi so hierhin geführt. Und haben die dann full kontrolliert. Alles. Und das ging die ganze Zeit so locker 5 Stunden. Bruder. Haben die nichts zu tun? Frag ich mich. Gibt's nicht so echte Dinge, die geregelt werden müssen? Warum reden sie mich? Gibt's nicht so Harasser und so, die rumlaufen? Wie? Du musst die Baller einfach so... Einfach Player-Hate-Polizisten. Oh mein Gott, wie viele Polizisten da sind. Warum? Jasper, war ein Glow-Up-Reaction. Chat, ist er... Ist er late, Chat? Ist er late? Kannst sie meiner sagen? Die größere Sprinter als wir. Wie geht das? Einfach alles hat dir zu. Bic, come on, come on, shake your bumper. Das war keine gute Wette. Oh mein Gott, Minus-Hour. Wir gehen jetzt was essen, dann steppen wir ins Hotel. Wäsche, gib mir den freshen Karten. I'ma take a shower. Und dann ist Musik-Video-Time. Musik-Video-Time. Ich drehe Musik-Video. Mit meinem motherfucking-Team. Mit meinem motherfucking-Team. Mit meinem motherfucking-Team. Das besteht aus mir und Bachelor. Ja, das weißt du. Ja, das weißt du. Mein Team. Steht an... Du nennst einfach der Twin. Und ich sag mal Bro. Ja, so in Zeit, du sagst Bro. Jaaaa! Pre-watched? Das ist mein Song. Wir singen gerade meine Lyrics. Ich bin immer busy, aber mache Mohu. Großer Hooper, nenn ich Shakira und hier. Großer Borla, nenn ich Shakira und hier. Okay, okay, keep. Das war schon wieder... Ich muss mich nicht so krass freuen. Warum freue ich mich so? Wir sind hier mit... R-C-D. She says she wants some Marvin Gaye. Some Lufa-Vanjoes. A little Anita. With every separate party of Rye. Gonna be... Mhm. 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 Jaaaa! Es ist drauf. Guck mal wie die sich drauf bewegt. Boah, du bist nicht mit Robo arm. Ich wollte zahlen für Aspa. Ich musste für ihn zahlen. Daher, Chat, habt ihr seine Insta-Story gesehen, wie er mich am Automaten, am Scam-Ass-Automaten, wo ich 5 Euro noch drauf zahlen musste fürs Abheben, gefilmt hat. Ich hab Geld abgehoben, um für ihn zu zahlen. Aber ja, wir nehmen keine Karte an. Ist das... Ist das... No Bag, Baby. Ist das... Geiz-Chiller-Baby. Wenn er angeli ist. Wir nehmen keine Karte an. Hier ist mein Burger, though. Moment. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, der muss gut gewesen sein. Die Ader poppen sogar. God, ey. Du musst in jedem Vlog oder Musikvideo irgendwas in deinen Mund stopfen. Letztes Mal was Pizza. Oh mein Gott, hier rein. Guck mal, guck mal. Er kommentiert mich. Lass einen Mann essen. Habt ihr schon so einen jungen, hungrigen Mann gesehen? In meinem Leben. Weißt du, was viele in Düsseldorf machen? Lass ihn essen. Das sind so Mädchen, die schalten Likes aus. Weil die haben so 100 Likes, aber 10k Follower. Und dann nehmen sie sich so eine App. Und dann haben die so Rabatt auf Essen. Und dann posten die Essen in den Story so mit getagten Ort. Kaufen so Steak für... Okay, tamam. 5 Euro, 10 Euro oder so. Ist das Methode? Das ist die neue Methode eigentlich. Puppycube, abguckt. Die sind nicht Atlanta. Fast. Was sagt Starbucks? Nein! Nein! Ich kann nicht essen, Chat. Hat es euch schon gesagt? Ich schwör, ich kann es nicht. Bis 15... Bis 15 Jahren habe ich mein Messer noch so gehalten. So. Warte. Stell dich vor, der Diamond Tester ist ein Messer. So. Ihr wisst doch, ein Messer, man hält das so. So schneidet so. Ne? So. Ich habe das so gehalten. Ich bin fein motorisch leicht behindert. Nur weil er Auge gemacht hat. Das ist ein schlechter Mensch. Bruder, du musst einmal einen voll den Team kennen. Wer mir einen, zwei Meter großen Mann hätte direkt gegessen. War klar, dass er fett ist. Oh mein Gott, fühle ich mich wie ein Roboter damit. Apple Vision. Apple A. Ihr müsst euch vorstellen, Bachelor hat so einen Gimbal halt. Ihr kennt die Gimbal. Darüber reden wir die ganze Zeit. Das hier so. Aber so ein krasse. Nicht so. So was hier. Für Musikvideo. Wann haben wir so Arme eigentlich? Guck mal, ich muss dich mal bewegen, wenn der Shit kommt zu mir. Das ist wie die Bag. Seit wann haben wir solche Prothesen für Kamera? Er sagt Prothese. Wie kann man so irrenlos sein? Soll ich ihn slappen? Jasper, schau dir mal... Jasper, schau dir mal ein Bild von Franklin der Schildkröte an. Du siehst genauso aus. Bro, ich kenn ihn doch. Bro, ich seh nicht aus wie Franklin die Schildkröte, Bro. Wir werden das nicht starten. Dafür. Du stehst nicht für Disability People. Was? Die Schlepp behindern. Hölle ja. 1 zu 1, 1 zu 2. Oder ist das nicht Gerold Steiner? Ich rate mal weg behindern. Welche behindern? Trisomie 22. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 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 6. 5. 5. 6. 5. 6. 5. 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 7. 8. 8. 9. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 11. Der ADS war Brazy, Brazy. Oh mein Gott, oh mein Gott, warum bin ich aber so? Guck mal, ich liebe die Aura, guck mal, ich liebe die Aura, guck mal, die Aura, guck mal, die steht hier auf irgendwas mit ihren Tired-Ass-Forces, keine Durchblutung, aber baddie. Retten. Ey, mein Gott, pass auf, geh lieber runter. Oh mein Gott, guck mal, mein Gott, hat die das extra gemacht, Chatt? Mach songern. Ey, Aura for real, Jasper the hero, L-Game, White Knight. Er dachte Sneaky, die wollte nicht. Chatt, 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 Chatt. Nein, 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 ich brauch nicht mal, ich brauch nicht mal Backup holen, okay? Ich brauch kein Backup-Fotage. Na, manchmal bin ich vorne, Jasper, weil... Oh, der Sorg. Überlegen kurz, okay, fällt. Ja. Achso, ja. Oh, was, warte. Überlegen kurz, okay, fällt. Oh, warte. Überlegen, kurz, kurz, okay, fällt. Na, 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 ma, 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 ma. Turufe. Ich habe ein bisschen ein LazyEye, ja, ich habe ein bisschen ein, vielleicht, vielleicht, ja, ist so, ist so, man hat, man hat, falsche Angle, falsche Angle, vielleicht. Uh, das kommt sehr krass, mein Gott, das kommt zu krass. Und du läufst da, Jaspa, so auf Neuschalanz. Ich habe die Body Language, und sehr krass, mein Gott, das kommt zu krass. Und du läufst da, Jaspa, so auf Neuschalanz. Aus... Oh, oh. Ich hab schon auch von mir, ob ich die Texte nicht mehr kann. Du hast ein bisschen nicht verdient. Sagst du, das wird Platin? Oh, der ist geämpft. Einer hält Licht. Chill, aber du bist nicht. Bro, fühlt sich ein bisschen zu krass. Kann ich nicht meinen kleinen Moment haben, Leo? Bitte, 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 Bro. Wir haben verstanden, du wurdest auseinandergenommen von deinem Friseur, Bruder. Get out of my meat, though. Ich hab nichts damit zu tun. Er macht face up. Du bist nicht im Kleinen. Kannst du weiter, Ben? Kannst du Licht halten? Okay, dann kannst du Licht. Kannst du so? Weil die Hose von Marnie fit, das sind so einfach graue Jeans von Weekday. Weißt du, du musst den so halten und dann das wird sich so drehen. Ich hab aber unten Dings Flair aufgemacht. Ja, wenn du so machst und so, weißt du, du musst schon gerade. Komm, Jasper, Digga, ich film schon. Eine andere Brille, oder? Oh, wollte ich für die haben. Guck mal, oh mein Gott. Merkt ihr, die hat wirklich immer, ich will das, ich will das, ich will das. Die hat auch immer meinen Hut. Die wollte immer meinen Hut. Ich wollte einmal diese, ich wollte diese, ihr wisst doch, ich hab meine getigerte Brille. Damn, Bro. Die wollte alles, Clay. Das passt mir, das passt echt. Okay. Das passt mir, das passt mir. Bist du ihr Hund? Nein, aber Musikvideo hat gepasst. Oh, vor allem so mit Hut und so, das hat die auch gestanden. Oh, 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 oh. Gott, der Prada on, no. Warum ist die aber so warm? Scheiße, die haben wir nicht drin. Werber Prada, die Jungs, die mit uns waren, also einmal war ja Mo, wir haben halt da dieses Giveaway noch gemacht, kommt bald in ein paar Wochen, von Shambles Clothing und die Jungs, die dabei waren, machen noch so einen Vintage-Laden in München, da ist bald Pop-Up. 3,9, könnt ihr abchecken. 3,9 auf Insta. 3,9. Die hatten dieses ganze Zeug hier, das ist auch von denen, das ist sehr tough. 6-5-Fan, was ruht nicht, 6-5-Fan. 6-5! Hey. Ja? Was? Wie lange bleibt es noch live? Äh, ich gucke gerade Vlog, dann gucke ich noch Best-Dorf, was willst du machen? Was? Ja, ja, lass, 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 lass so in 45 Minuten. Halbe Stunde. Ja, okay, easy. Bad Mind Discord. Yes, sir. Hat er dir gesagt? Was hat er donated? Was stand da? Les Dono. Donate nochmal. Chat, werde ich abgehoben. Nein. L abgehoben, Allegations. Hast du morgen nicht Schule? Nein, ich hab Ferien. Wir müssen hier. Pick. In der Badewalle. Er wollte Pick im Badewalle. Aber los, die kam. Kam, ich hab die Vision gesehen. 1.000 Likes fürs Musikvideo, ganz schön 2.000. Ja, das muss jetzt bald kommen. Ey, Chat. Payout. Ja. Ja, bitte payt aus mit Ja, Mods. Keiner payt aus, außer ich. Ich pay. Okay? Ja. We got that shit. Nein? Ist schon payt? Wurde schon? Es wurde payout. Nein? Wer hat das gemacht? Mods, wer hat gepayt? Sammy, jetzt du kommst. Jetzt du kommst, jetzt im Talk. Wir müssen ein ernstes Gespräch führen. Sammy. Sammy. Wo ist Sammy? Oh mein Gott. Hallo? Ja. Hallo? Jasper? Guck mal, was für Läschos, Digga. Was seid die für schlafen? Was sagt der? Was sagt der? Wo ist Sammy? Ich weiß genau, der war das.